Ich bin Ich nicht Nö Da ist schon wieder einer von uns im Panzer und hat mich nicht mitgenommen Weil wir beide drinnen sind Ihr Lutscher Oh ja Ich bin bei Bravo gesuppont Nur zu eurer Info Noob Ist das Doffe? Nein gell? Klar hab ich nicht drinnen Aber er dreht mir grad seinen Arsch zu Ziemlich doof von ihm Ich hoffe du gewinnst das, er brennt noch nicht Na jetzt aber, ah jetzt brennt er Aber wir auch, wow Komm raus Oh mein Gott Müsste mich häkeln Wieso hab ich ne Klinik krieg, was soll das denn? Weiß nicht Was ist auf der MED angebracht? Pio Weg Fleck mal E Hab einen getroffen Wir dürften im Pornwehr sein Oder auch nicht Markier mal E Ich bin noch nicht im Game Was? Jo Bei mir leht er noch wie so'n Bescheiter Mach eben nen neuen Squad auf Jetzt bin ich da Das wird schon Wir können es ja so verstehen Wir können es ja so verstehen hier Wir da Boah Wir down Ich werde gleich mal die Rolle des Sunnies einnehmen Damit ich euch wenigstens mal wiederholen kann, wenn ihr umfällt Ja Merkwürdige Szenen spülen sich da gerade ab Ziemlich hohe Feind präsent hier Ziemlich hohe Feind präsent hier Ja Trotzdem Junge, das Ding trifft ja Keine Ahnung, wir können ja mit Fischen auf dem schmeißen Du hast es hier stehen und snap Warte Was? Ich war doch schon lange weg Oh mein Der kommt drauf Der kommt drauf jetzt Zu euch einer Links, die stiegen hoch Gerade gespawnt, jetzt war er verwirrt Da ist noch einer Ich bin auf dem Klo Das ist alles zu heftig Das ist ein Geschäft zu verrichten Das sieht gut aus hier So, warte weiter Da ist die Flak unten Wer eine RPG mit hat, dann haut ihr mal ein bisschen was auf den Kopf Ich hau ihm eine Sanitätstasche über den Kopf Warte Geht gleich los Die Spritzen werde ich im Bein haben Oh Was ist denn her? Ah, Panzer auf seiner Seite Ja klar Ja, zwei Panzer Wir haben einen rechts flankierend, einen links Und dann noch die komische Falak Ich geh mal weg da Ich hau mir kurz Oh Das ist ein Panzerhaar, das ist ihm wurscht Leroy Da ist die Flak Vor uns Oh 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 Und ne Heli Ich hab den Tank Ich hab den Tank Ich swam bei Shiro Ja, ich swam bei Shiro Gott da Fleck mal Was sind welche, das sind richtig viele jetzt Nein! Nicht! Was machst du? Machst du einen auf Arch hier oder was? Ehrlich? Arch macht's spektakulärer Little Bird ist mir Ja Oberst Leo Was hast du? Ja warte Ganz ruhig Okay, ups Ich geh nochmal runter Okay, warte Ich hab grad nicht gesehen, dass du mit dem Heli unterwegs bist Warte Alles klar Jo, bin drin Wo sind wir hin? Arch Echo Echo Ich hab jetzt Delta geflackt Warte Feindlicher Heli Du musst ja auch ein bisschen Nachdem Das gehen ja Dann lasst du Delta drücken Oh fuck Aussteigen Leute Ja, ich bin draußen Ja Ich hab's nicht mehr geschafft Jo, bin ich wieder bei euch Jo, pusht der Button Ja, draußen steht da noch einer Egal Ja, von und Jetzt ist er draußen Was? Das war Arch Der ist grad bei uns gespawnt Andere Seite Andere Seite Pass auf Alter Das kommt da so um die Ecke geschlichen Also echt So ein Arsch Alter So Die ist immer noch die Kackflack Oh oh Siehst du sie? Ja, hab ich gesehen Ich geh rechts rum Jo, hinter dir Äh, Heli ist über uns Ah, Sniper Der hat dich gekillt, das war die Flack Ich hab ihn Warte, warte, warte Drei Ich bin down, ich bin down Ah, bisschen zu spät Fuck Bin hinter dir Okay Müssen aufpassen Was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit aufm Dach? Wir sind nicht aufm Dach Nee Wir sind unten Da ist Panzer Oh fuck Oh scheiße Ja, mich erwischt der Penner wieder Alles klar Ich würd dich jetzt gern retten, aber Läuft dich ja nicht Oh fuck Ja, auch weg Fällt aus wegen erst nicht Ja Hier haben wir grad ein bisschen zu viele Fahrzeuge hinten Wer hat denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, so ich hab ein Kampfhelikopter Oh, und bin nur Gunner Pampelmuse Na ja, das hat mir natürlich sehr viel Mut gemacht, wie der Typ fliegt So Ich hab'n Quad Ich hab'n Tank Ich bin bei Heifer auf'n Tank Ich bin Panzer Geht doch etwas schneller Los geht Ja, und was hab' ich gesagt, Alter Ja Aufs Feld Ich hab'n mal einer auf uns geschossen Der Typ ist einfach an der Häuserkante hängen geblieben Nice Siehst du da was? Ja Ja Ich hab' ihn Da Ich hab'n Da 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 Steckt sie hinter irgendwas Oh, raus, 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 raus Dem bestanden wir Besuch Ja, du, der Sack Ne, ist doch nicht Ich bin hinter der Arch Da ist ein Sniper Oh, das ist ein Sniper Ich geh' mal innen Komm mit Oh, Alter Oh, okay, irgendwo ist er noch Der ist noch da drinnen irgendwo Ist er nicht Ah, keine Ahnung Auf der Minimap hab' ich ihn grad noch gesehen Da oben Boah Boah, okay Elokit, die hat mich getötet Danke Und's gleich nochmal Ja, den Panzer hab' ich nicht mehr Der kam da grad runtergefahren Ich dachte, ich kann das hier noch machen Ich wollt's wenigstens versuchen Nein, zeig' wo wir den Kanz Mein Portug ist beschädigt Ich brauch' ne Mechanika Ah, Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert Letztlich seiner Position ist ein feindlicher NG-Schützer Wir haben grade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen Ja, du, die Flakke ist unten Ja Ja Und Stinger Auch noch dazu Ja, und der Ich wollte eigentlich den Hubschrautort Aber das Stinger war Bin hinten drauf Dominik, wenn ich abspringe Springst du sofort mit ab Ich hab da zwei, vier vorne dran gepackt Nice Und zwar Fahren wir jetzt da auf dem Panzer zu Geh runter, geh runter, geh runter Bin drunter Ja Hat mich Feuer gekriegt Ja, das ganze Gebäude ist voll mit Soldaten Spawn direkt, snipe auf die Dinger hier Und wem, 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 wem Ich das hasse Oh, ey, ehrlich Hier geht's ja voll ab, man Puh Ja 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 Genau Ja 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 Aufpassen Ne ich bin down Warum das? Weiß ich nicht Du musst die Erdniss da drücken ne? Ja Und die Snipen von der Seite Pium 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 Weiter LoL Gespawnd und tot Ja Boah Das sind zwei Stück Mit dem Bus Oh Wahnsinn Mit der RPG haben sie es hingekriegt ja Ist denn das hier? Ja Ja und unter der Brücke Na hier ist ein Heli Das auch ja Schon wieder in oben aufs Dach gekommen Warte Wir haben Einsatzstil Delta neutralisiert Westlich deiner Position ist ein 20er MG Schütze Ab ihn Ab ihn Ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm Mann 5000 andere Wichser wieder hier rum Dreckigen Luschen Ja Da wäre ich fast wieder Ja 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 Da wäre ich fast wieder Ja Hm Wollen wir mal gucken. Bistin steht kaum noch keiner, aber die beherrschen immer noch die Flak, ne? Mhm. Sommer heißt kaum, ich hab TV-Raketen mit. What? Der andere Heli ist an uns dran. Und die Flak. Anzer bei Delta. Ich dachte mir doch, dass du keine Täuschkauf mehr hast. Ich hab' gedrückt, wegen Täuschkörper. Ich hab' die noch nicht gezündet gehabt. Na gut, dann war's wahrscheinlich schon zu spät. Was ist hier jetzt so ein Wichser in meinem Tank drin? Kann er eh damit nicht um. Vorsicht, ich hab' Dings vorne drauf. Okay. Ich will die Flak jetzt. Festliebender Stellerus, feindlicher IG-Schütze. Ja, da kommen wir jetzt. Oh, Vorsicht jetzt. Mhm. Runter, runter, runter. Surprise, Motherfucker. Oh. Na, ist gestauen. Jo, das ist gut. Ich dachte, ich kann nicht noch wiederholen, da kam aber nur noch einer von, äh, links. Schlankenrand. So, jetzt lasst uns mal wieder auf E. Das machen wir hier mal wieder ein bisschen was einnehmen. Jupp. Fahren Sie. Fahren Sie. Was, mit DC? Hast du ein DC? Hm? Ich mein Lego. Nee, ich hab' kein DC. Du bleibst aber stehen. Ja, ich hab' grad was ausprobiert. Da vorne im Haus ist er drinnen. Ja, ich renne dort zu. Sniper hab' ich. Und noch ein Pump-Typ war noch da. Ja, Pump-Typ war noch da. Also stehen auf jeden Fall nicht alle allein da. Ich wollte gerade markieren, deswegen. Achso. Zu euch kommt ein Tank. Hm. Ich seh' schon. Oh Gott. Mal die mit den schweren Waffen her, bitte. Hallo. Uh. Der fährt an uns vorbei. Ist doch grad der Feind ausgestiegen oder nicht? Oh, das ist süß. Wir haben Einsatz für Waffen. Das ging ja noch mal gut. Hohoi. Hm. Ich wollte das eigentlich nur reparieren, aber... Spät. Aber, ja. Warte. Ich renne wieder zu Echo. Ja, was ist denn? Das ist mit Dominik noch die eine Sache. Hä? Ja, ja. Schau'n wir. Geht er hier nicht. Was lang ist das denn? Was, was, was? Ich nehm mal einen Quart. Gut. Na, dann, wenn ich nicht mal sterbe, dann... ...werde ich mich mit C4 rüsten. Ach. Siehste? Sag ich ja. Es hatte schon einen Grund, warum auf der Treppe so viele Leichen lagen. Wollt ihr zu Alpha oder zu... Scheiße. Ha, mit dem Quad hat er ihn weggemacht. So, C4-Sprengstoff. Ich, äh... Spawn... Vorne. Oh, was war denn? So. Versorgungsabwurf ausgeführt. Geht hin, wenn ihr könnt. Okay. Festleg deiner Stellung mit. Warte, ich guckte... Ach so, wirkst du? Okay. Oh, was, wenn ihr jetzt hier gleich, äh... tot bist, ja gut. Das brauchen wir bei mir. Ja. Wo kommt denn das? Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen MG Schützen. Bestlich deiner Position. Stirb einfach mal. Ja, ich bin tot. Endlich. Lang genug gedauert, ne? Bin da. Jetzt guck einfach mal so ein bisschen nach vorne. Siehst du gut? Seht gerade gut, ja. Oh! Oh, sehr gut. Sieht immer so verkehrt. Nein, eine Sekunde noch! Scheiße! Ey, lass uns mal das mit dem Dicken probieren hier. Oh, was denn? Ey, wieso kann ich mich selber nicht versorgen? Was ist das denn? Ich bin schon in der Fall. Ja, okay. Scheiße. Gut. Dann setzt euch mal beide rein. Okay. Herzlich willkommen. Abfahrt! Täusch! Oh, was jetzt? Wo sind wir? Die sind oben drauf. Bist du tot? Ich bin tot. Ich leb noch. Ich wurde hinten abgesetzt. Ja, warte mal. Das können wir haben auch jetzt. Ich muss hier nur mal... Warte mal. Ich postier das Ding hier mal, richtig? Krieg mal kurz zu Bravo. Das ist doch hier die optimale Flugbahn. Ich bräuchte mal einen hier. Ich komm. Ja, wir legen mal... Dominik, setz dich drauf. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Willst du auch mal drauf? Ja, ich geh gleich mit drauf. Du kannst das Gericht hin. Warte. So. Drauf. Soll ich drücken? Wo stehst du? Hütte, Knaller! Nicht drücken. Drück, 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 drück! Wir werden abgeschossen. Achso. Tschüss. Das war ich. Achso. Wieder hier oben. Ich leb noch. Und deswegen existiert auch noch. Ja, warte, bleib stehen. Ja, warte. Kack. So. Jetzt bleibt doch mal... Bleibt da stehen. Geht mal runter von der Karre. Ja, du musst hinmachen. Nur noch elf Tickets. Ja, 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 ja. Ich positioniere. Bleibt da ja stehen am besten. Weil dann... Ich richte mich jetzt nach euch aus. Bleibt auch beide doch mal stehen da. Ich stehe doch! Und Ende. Ich hab dir gesagt, das sind nur noch elf Tickets. Ey, du hast dich ja bewegt. Ach ja, daran lag was. Daran sind die Tickets jetzt gerade so schnell weggegangen. Na sicher. Ja. Na dann zeigst du es halt beim nächsten Mal. Das Universum reicht sich. Ja. 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 Ja, ja. Herzlichen Dank. D�benchs. Ja. Dia�us. Gö activity. Da.